Das ist mal ein Vertrauenserweck in der Name auch wieder. Und warum die Tür zumachen? Warum dieses? Oh Gott. Herr im Himmel. Mich kann doch nur Böses erwarten hier unten. Wenigstens habe ich jetzt ein Licht. Boah, was ist das denn? Das ist doch ein Riesensarg, kann das sein? Das ist doch ein riesengroßer Sarg. Leck mich im Arsch, hey. Wenn da jetzt was rauskommt, dann dreh ich aber durch. Oh, Statuen. Wow. Wow, 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 wow. Vorsicht. Oh, Wahnsinn. Was geht denn hier ab? Oh Mann. Das ist ein Riesensarg. Erzähl mir doch nichts. Hier ist noch ein kleinerer Sarg. Oh, hier sind noch mehrere kleine Sarge. Oh Gott. Deswegen wo Land der Toten, aber... Muss man doch nicht so benennen, oder? Hallo, da hat was geglänzt. Sehr schön. Wenigstens gibt es hier was abzugreifen. Goldenes Inka-Gefäß. Ja, dich hatte ich doch auch schon mal. Aber zwar nicht in Gold, glaube ich. Es wäre mal nett, wenn da was drin wäre. Oh je, oh je. Was denkt sich Drake nur dabei? Oh Gott. Hallo, mein Engel. Was hältst du versteckt? Kann ich mit dir irgendwas machen? Nein. Nein, da geht leider nichts. Ich muss wohl auf diesen Sarg drauf. Und bei dem? Oh, ein Schwert. Ein Krieger-Engel. Oh, 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 oh. Jetzt wird es mulmig. Oh Gott, da vorne. Achso, hier geht es weiter. Okay. Dann lassen Sie mal diesen Riesensarg hier begutachten. Oh, Wahnsinn. Komm schon, geh hoch. Kann ich nicht drauf? Ich kann da nicht drauf. Okay. Hm. Dann wohl hier weiter. Na? Nein. Komm schon. Oh, höre ich schon wieder Wasser. Ich glaube, ich höre schon wieder Wasser. Oh Gott, es bricht doch alles zusammen hier bald. Oh Gott. Oh, ja. Kanalisation, oder? Ah, nicht gut. Uh. Okay. Hier war mal Boden, glaube ich. Oh, krass. Oh, was jetzt? Oh, ich sehe schon. Hui, da ist auch jemand. Da vorne fließt es. Und wo kommen wohl die Scheinwerfer her? Oh, das ist Sonnenlicht? Ne, das sind Scheinwerfer. Das heißt, hier ist jemand. Wir sind nicht allein. Okay. Hier liegt nichts mehr rum. Was ich aufsammeln könnte? Doch, hier liegen noch jede Menge Skelette rum, sehe ich gerade. Oh Gott. Und da fehlt die Hälfte. Wo ist es hingekommen? Hallo. Mr. Skullhead. Oh je. Und ich muss jetzt hier wohl das Klettern wieder anfangen, oder? So wie es mir scheint. Oh Gott. Ja, 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 ja. Oh hey. Oh hey. Wie klebt denn hier um? Hey. Oh, okay, okay. Ruhig bleiben. Oh, scheiße, okay. Das hätte mal eine Warnung sein sollen. Ich dachte, ich wäre safe. So, let's try again, please. Ich dachte, ich dachte. Rüber, rüber. Und nochmal rüber. So. Hier ist aber alles gut. Oh Gott. Wie kommt das Skelett hier hin, bitte? Oh, geh weg. Und hier ist noch ein Totenschädel. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Hooray, hooray. Wer ist denn jetzt hier? Niemand. Waffen liegen hier. Aber keiner, der sie benutzt. Dann werde ich sie wohl jetzt benutzen. Das sieht jetzt überhaupt aus. Okay, alles klar. Ein Schuss, toll. Oh, oh, oh. Oh, bam, erwischt. So. Ha. Und ich hab dich. Ah, Depp kann es nicht mal werfen. Oh. Komm schon. Jetzt seid ihr dran. Im Flug erwischt. Komm her. Versteck dich nicht im Dunkeln hier. Ich seh dich auch dann. Oh, scheiße. Komm, noch mehr, komm, noch mehr. Oh nein. Du Penner. Da kommen noch mehr. Ich hab keine. Wow. Was fährt's denn hier umher? Na ja, ganz ruhig bleiben. Kapsa, komm schon. Jawohl. Nein. Mist. Okay. Ich hab doch noch was rennen sehen. Irgendwo war doch noch mehr. Oh, dann das war's. Das ist ja beruhigend. Okay. Hier liegt nichts mehr rum, schatzmäßig. Okay, okay. Drake, mach mal dein Licht wieder an. Deine Taschenlampe. Wäre mal angebracht. Oh, SAS-Kaliber. Ein anderer Shotgun, aber... Ich bin kein Shotgun-Fan. Muss ich jetzt mal so sagen. Auch nicht in anderen Spielen. Die nehme ich mit. Natürlich mit. Die Desert. Das nehme ich mit. Tja, Jungs. Das war euer letzter Hüllengang. In eurem Leben. Oh, was liegt denn da? Liegt da was? Eine Leiche. Gut, okay. Die netten Herren hätten wir bearbeitet. Hier fließt weiterhin Wasser. Oh, was ist hier? Ah, ja. Dachte ich mir fast. Hoffentlich bleibt das Gittertor oben, weil, äh... Wir haben niemanden, der uns das aufhält. So, wie wir es normal gewohnt sind. Oh Gott. Aber hurra, es geht wieder aufwärts. Das ist schön. Das heißt, es kommt wieder Tageslicht mit ins Spiel, oder? Ah, wohl eher nicht. Oh, hier wird's dunkel. Wow. What the fuck? Ich will nicht. Oh, oh. Oh, geil. Den hab ich ja nice erwischt. Da ist der Nächste. Woo. Wunderschön. Das ist eine geile Position. Ich hab hier eine schöne Entdeckung. Nicht schlecht. Wenn nur alle hier herlaufen würden. Oh, da vorne ist auch schon. Oh, oh, oh. Schnell in Deckung. Schnell in Deckung. Nam, 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 nam. Komm, komm, komm. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Ich muss weg hier. Der Lasermansch... Der macht mich fertig hier. Oh, die machen mich alle fertig hier. Ganz schnell mal hier hinten drin. So. Äh, scheiße. Zwei Schuss noch. Das ist nicht geil. Das ist gar nicht geil. Den hab ich erwischt. Aber er lebt immer noch. Fuck it. Den hab ich aber. Jawohl. Hui, einer ist weg. Bleibt noch einer. Und dann kommt schon der nächste wieder. Aber das ist ein normaler. Okay. Komm her, komm her, komm her. Ja, ja, ja. Oh, fuck it. Lasst mich halt einfach in Ruhe. Dann passiert euch auch nichts. Ach, komm schon. Keine Muni mehr. Toll. Uh, ich muss schnell hin. Waffe, Munition, jawohl. Uh, schnell weg. Okay, okay. Ja, ja. Ja, 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 ja. Jawohl. Huh, ein Schuss. Jawohl. Komm schon. Was für Lack treffe ich manchmal. Schieße. Jawohl. Bäm. So, läuft. Noch mehr? Lass mich erst mal schauen, wo ich hier war bin, hey. Oh, hier geht's hoch. Nein, hier ging es mal hoch. Das ist eine Kirche, oder was? Sieht mir sehr kirchenhaft aus, von der Architektur her. Die Musik sagt noch, da kommen noch ein paar. Oh, hallo. Nein, die Waffe will ich nicht. Aber die. Oh Gott, wer hat die ganzen Kerzen hier eigentlich angezündet? Ah. Wird den Ritual abgehalten, oder was? Störe ich gerade? Hallo? Ist da wer? Ah ja. Da schlau her. Oh, fuck it. Komm her, du. Ja. Aber eiskalter, äh, Face-Shot, hey. Okay, okay. Traut euch ruhig her. Oh, da ist er. Du bist tot. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Tim. Ah. Jawohl. Ach, komm. Ach, komm. Ich schieße die Kappe vom Kopf her. Ach, guck mal. Mr. Sunglasses. Oh. Bam. Da war ein Loch in der Backe. Plötzlich. I blow you a new hole. So. Das war's dann jetzt wieder. Was haben wir hier? Shotgun. Will ich nicht. Oh, die will ich auch nicht. Mann, gib mir doch mal dazu für die Waffen, die ich haben will. Ich brauche keine fucking Shotgun. Nein. Hier ist was. Sehr schön. Oh, ein Glöckchen. Moment, da war doch was. Select. Zwei Glocken in vollkommenem Einklang. Okay. Lass mich raten. Ich muss sie läuten, aber dazu werden zwei Leute. Von Vorteil. Die gleichzeitig das Glöckchen ertönen lassen. Bin ich mal gespannt, wie ich das jetzt lösen soll hier. Okay, ist klar hier alles. Das ist jetzt klar, aber lass mich erst mal hier umschauen. Wow. Also wenn das kein Altar ist. Kein Ritualaltar hier. Wahnsinn. Wow. Schön hergerichtet. Mit toten Köpfen und allem. Oh Gott. Jetzt fällt nur noch das Blutgeschmiere überall. Dann wären wir at home. So. Wir können ja ein paar Leichen hier ausweiten. Wenn wir so sadistisch veranlagt wären. Oh, was ist da oben? Da glänzt was. Achso, das ist nur... Das ist nur hier Kerzenschein. Schade. Gut, achten wir nochmal an dieses Glöckchen hier. Glocken. Oha, L2. Ich glaube, ich weiß, wohin die führt. Wenn ich sie aufkriege. Jaja. Vermutlich eben durch den Glockenschlag. Geht diese auf. Na gut, da wir jetzt alleine sind, lasse ich eben die eine erste töne und dann die andere. Mal schauen. Vielleicht muss ich nur schnell genug sein. Läuft. Toll. Einmal. Oh Gott, bis ich da drüben bin, ey. Drake rennt auch nicht gerade unbedingt sehr schnell. Tja. Wie ich sage. Zeitlich etwas schwierig. Select. Oh. Achso. Ja. Two bells resound in perfect harmony. Ich weiß schon, aber wie. Jetzt gibt es ja echte Rätselflut ohne Ende. Ey, Wahnsinn. Kann ich irgendwie... ...was beeinflussen von oben oder so? Ist hier irgendwas? Was ist das denn? Was hängt denn hier? Nein, das ist nichts. Ach so. Alles klar. Lass mich mal was probieren. Ja. Wunderschön. Es lebe das Maschinengewehr. Es lebe das Maschinengewehr. Nadine, lasst uns da mal reinschauen. Aber hier finde ich es schon ziemlich nice. Die Architektur hier ist wirklich sehr gelungen. Könnte etwas heller sein. Oh, krass. Oh, cool. War scheiße. Wäre nice, wenn ich den Kronleuchter hier runterschießen könnte. Aber bestimmt kann ich doch hier irgendwie hochkommen, oder? Und da rumjumpen. Das sind doch bestimmt Schätze da oben. Erzähl mir doch nichts. Ist nur die Frage, wie komme ich da hoch? Hier? Nö. Oh, Granate. Hallo. Die nehme ich doch mit. Granate. Noch eine Granate. Wahnsinn. Da liegen sie einfach rum. Hey, mitten im Raum. Was haben wir hier noch? Ah, Munition. Sehr schön. Na, den. Da komme ich dann jetzt vermutlich doch nicht hoch irgendwie. Schade. Ah, doch. Schade. Oh. Alles, was wir wissen müssen, steht genau hier. Ist ein Kinderspiel. Wie zum Teufel will er die Statue überhaupt hier rausbekommen? Ja. Oh Gott, das ist ja ein tiefes Loch, in das ich erfahre. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Alter, ich sehe gar nichts. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017